ja herzlich willkommen zurück in der ersten liga der vierte spieltag steht an st pölten gegen hartberg es ist angerichtet mit dabei ending ja grüß euch ja es ist ein duell zwischen sechsten und zehnten wobei sein wollten schon verloren hat hartberg noch nicht ja hier ist es leider mit dem plan leisen ending er ist der gute mich schade habe ich mir gedacht war schön ah Ja, warum attackiert sie beide? Was los mit euch? Bitte? Warum attackiert sie beide? Haben wir ein sehr schnelles Spiel? Waren sie nicht sicher? Uh! Das war jetzt ein Fehler. Da haben sich auch nicht alle gewissen, wer jetzt rutscht. Und der war schon. Schütz! Waren bestätigt seine Leistung vom letzten Spiel. Da hat er ja ein Tor geschossen, glaube ich. Auch wenn sie verloren haben. Nein, leider nicht. Okay, dann war das wie ein anderer. Wurscht! Schütz! Das Fanta hat er uns. Wer? Das Fanta hat uns. Ja genau, der Stürmer, der auf der Bank sitzt. Der Fanta. Weißt, ich glaube ich werde den Trikot Nummer 4 geben. Fanta 4. Oh! Boah! Jetzt aber! Ilsanca! Oh! Zweiter Preffer in dieser Saison. Hat er da von Anfang an gespielt Ilsanca oder hast du den Cold? Ilsanca habe ich Cold, ja? Ja. Schon, gell? Ja. Ich bin ja ein 80. Ah ja, stimmt. Falsch! Spielte! Warum? Jetzt spielt er mit dir. Achso, ja. Oh! Oh, schön! Er wird sein namengerechter Drescher. Oh, ganz schlecht. Schöner Einsatz, hat aber nicht wirklich was gebracht. Oh, viele fehlen besser jetzt. ... ... ... ... ... ... Oh mein Gott Oh, schön gepluckt Das ist ein sehr hektisch, das ist ein sehr schnelles Spiel Aber man muss sagen von beiden Ja ja, war alles sehr hektisch, sehr schnell Oh, zu unüberlegt Oh, schade Alter Scheiße Aber wieder ja, das ist so geil Alter, was war das jetzt? Ich habe mir schon längst gedacht, dass er den noch gehabt hat Nein, warte, das hat so geil Ja, Schütz und Ilsenka In halb weniger Minuten So ganz weiter gehen das Spiel, sehr schöne Partie Ja Ja Bis auf die Ideenlosigkeit Viele Fehlpässe gefühlt Bestimmt ja Weil wir schon gleich dabei sind Oh Oh Oh, schade Oh, schön abgedeckt Ich ہے s achievements Schade Der schreit jetzt nicht weiter Oh Oh Alter 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 Der kann er noch mal machen Boah Ich sanke 1 Assisgeber Schlecht abgewehrt Geisler mit dem 2 zu 1 Und St. Pölten weiter in der Krise? Fragezeichen Oh 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 Nein Oh 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 Schlecht abgewehrt Das war ja auf der anderen Seite. Pabarat! War ein Wunschspieler eigentlich ursprünglich für den WRC gedacht. Falls die noch ihre Dreierkette gehabt hätten und keine Spieler dazu. Danach habe ich mir aber gedacht, den möchte ich unbedingt haben von der WM her geschaut. Genau das Tor brauchen wir nicht unbedingt schauen, war nicht so schön. Nee, hier war's. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das automatisch gleich ins Milit geht. Na, passt eh. Oh, die waren ganz gefährlich bei den Ecken. Oh. Na, der rennt nicht gleich weiter, der Wappler. Alter. Haber da! Ah, Womm. Ich bin fester. Ja. Oh, geh scheißen. Oh, geh scheißen. Ja, Mann, Oh mein Gott, Ivan, an die Stange, oh mein Gott, Tadic, Köpfe, ich wühe ihn nicht. Ja, es geht weiter so schnell, oh schon, oh schon, oh da liegt einer verletzt, oh jetzt erst dann eben den Kopf, bevor der, ich weiß es im Netz nicht. Oh, schön, Ivan, es hat noch gut, schöner, zurück. Ja, Fantas, verletzt. Ah, das war absatzig. Scheiße. Gott sei Dank. Super, einer der fittesten Leute. Ah, keine Wechselmöglichkeit mehr, aber wurscht. Die zwei Minuten muss man sich noch überstehen. Wasch. Na, schade. Ja. 2 zu 2, gutes Match, verbind. Und, somit, Punkte, St. Volken, wieder Hartberg, auch, ah jetzt habe ich drückt, Entschuldigung. Ja, Geisler, einer der Tore, gemacht. Ja, auch einer der Auffälligen, bei Hartberg. Ja. Ja. Da haben wir in Senka eins gemacht, eins aufgeregt. Sehr gutes Spiel von ihm. So, aber Hartberg immer einen Schritt voraus gewesen. In puncto Toren auf jeden Fall, in der zweiten Halbzeit auch mehr Anteil. Hat sehr schön für den Schutz gemacht. Wobei nein, das 1 zu 0 gehörte St. Pölten, plötzlich. Mhm. Aber Hartberg hat sich prompt zurückgekämpft, muss man sagen. Alter, steht bei 3 Verteidiger und springt am höchsten. Ja, dann da schon schön zeitgelassen, Nilsankar. Hat gesehen, dass dann er kommt. Und, ja, Unglück ist natürlich auch abgefälscht. Aber allein diese Ruhe am Ball von Nilsankar, macht so was aus. Ja, und hier hat Pavard seine Klasse gezeigt, hat sich hier nicht bieren lassen durch den Fehltpass. Genau, und hier schon als Kreuzweg dann gezickelt. Oh, wunderschön. Es wird schwierig werden, ein Tor der Saison zu finden, eigentlich. Ja. Ja, ich bin einer 2 zu 2. Ja, wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann. Macht's gut. Ciao und tschau.